Ich sollte großzügig auf den Kopf... Ich wollte doch jetzt noch... Kopf! Das kann ich mal so einfach mit dem Ding Headshots zu machen. Ah, nein! Aber kein Headshot. Ah, nachladen. Stopp! Ah! Jetzt! Dann hast du ne langsam mal. Und die sagt, wir kommen nicht mehr hinterher. Ah, nö. Versuch mal das anzuzwingen. Geld nehmen wir natürlich gerne. Nö. 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 Pfeiler. Und ne Kiste. Yay. Man kann nie zu viel Gold haben. Das stimmt, liebe Freunde. Als wenn ihr mal Gold findet, einfach so auf der Straße, dann... Ach, ein Feuermädchen. Entzünde es mit nem Brandpfeiler. Feuer los. Alles. Entzünde es. Und jetzt? Hey, ich verstehe da, was das Feuer jetzt können soll. Ach so! Und wir sollen jetzt bestimmt jetzt so vorrollen, sodass ich die Barrikade in Brand setzt. Ach so. So. Ach so. Wir müssen wirklich ganz aufdrücken. So. Das hört sich bestimmt ziemlich lustig an. In der Aufnahme. Ja. Unser Schild ist sauber. Wusste ich's doch. Und wie schnell dieses Holz brennt. Hä? Wie schnell dieses Holz brennt. Absoluter Wahnsinn. Hier geht's ganz schön tief runter. Ach ja, ich hab vergessen. Deine Höhenangst. Wie nennt man das nochmal? Tod. Oder irgendwie sowas hat er gesagt. Ähm. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Da ist der Nächste. Bam! Mach dich fertig. Kämpfer. Ich mache ja die Gegner schaffe ich. Wenn das genehm ist. Ich werde dich abstellen. Ach du hast noch eine. Noch eine? Beschuss. Was? Na eben. Beschuss. Oh. Ich soll dich mal ein bisschen bewegen. Alles klar. Gut ist klar. Ich brauche eine Ballisto. Was brauchst du? Ballisto? Dann geh einkaufen. Kauf dir dein Ballisto. Du Arsch. Ja komm komm mal mein Schild an. Du Arsch. Pam. 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 So. Alle dauern. Ähm. Puh. Mh. 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 Zon gewinnen langsam. Zon gewinnen mittel. Wutsch. Wir nehmen die Axt. Sie ist cooler. Wir nehmen sie nicht weil sie besser ist. Wir nehmen sie weil sie cooler ist. Halt. Wo bin ich in die Kist dann nicht? Wohin kann man doch ein stück lang? Oder? Oder? Ne kann man nicht. Gut. Und dann gehen wir mal... Hä? Wohin müssen wir denn? Ah, was ist das? Hinten alles klar? Oder ist hinten was versteckt? Nope. Nichts. Äh, ja und? Ich schaue schon bestimmt auch selber anziehen, oder? Ja, nein. Wollt gerade sagen. Hörst du das? Klingt nach Ballistafeuer. Ballisten? Das wird ja immer besser. Äh. Oh mein Gott. Sie wollen mit Ballistafeuern. Das ist halt... Krass, wie kommst du denn vor mich? Wieso jetzt auch immer diese krasse Frames... Äh, was? Hallo? Spiel! Was machst du nur mit mir? Krass. Wenn ihr erschreckt, muss ich da auch freuen. Yeah! Skillen! Ich liebe es. Skillen. Total! Und einmal schön durchgeskillt. Wie viele haben wir denn? Acht Stück. Acht Stück, liebe Freunde. Das ist echt mal... Schön. So, schauen wir. Das bleibt jetzt mal... Da. Äh. So. Man kann auch noch durchwechseln. Schmerz-Siegel. Schwefelzauber. Lasst ihn gut. Wir nehmen den Schwefelzauber. Ähm... Achso, cool. Wir können alles uns einmal bauen. Das ist natürlich auch cool. So. Und den Blitz-Siegel. Ganz... Fazzi-fazzi. Halt jetzt eigentlich auch so viele. Ja, so. Ähm... Das heißt... Einmal... Schild... Durch... Rechen... Was geht denn hier nicht? Kann ich die... Ah, okay. Sehr schön. Einmal tauschen. Ach, der hat es selber. Interessant, interessant. Dann skillen wir einfach einmal durch. So. Was? Drachenatem. Ein Blitz aus Eisgarten. Achso. Alles klar. Bisschen Fartdrick. Gelachet. Stirbflasche. Das gehört jetzt mir. Ja, komm. Ich will mal Körbe tauschen. Oh, ja. Hoffentlich ist es ein guter Bogen, dass es sich irgendwie den... ...Ratz genommen hat. Boah. Das komplette Mana ist leer. Heftigst. Ist das dann T? Nein. Ist das dann E? Nein. F? Nein. G? Nein. H? Mist. Einstellungen. Steuerung. Blah. Magie anwenden. Ja, schön. Wie man... Hä? Seraphino Weg. Ressourcenfertigkeiten nach... Ähm. Okay. Ah, so kann ich durchschauen. Ach, die nimmt es dann automatisch. Ist ja mal interessant. So. Ich würde sagen, wir dürfen jetzt bestimmt hier einmal schön durch das große Tor, was wir... Wieso heben wir eigentlich alle Tore hoch? Haben die keine Klapptür? Also... Altsherr. Das hört sich nicht gut an. So, Söldner... Äh... Sie schießen auf uns. Wer? Was? Ruf! Sie setzen hier eine Rallister gegen das Wurzhaus ein? Beleiterungswaffen gegen unbewachnete Baume? Das wird nicht kippen. Wollen wir für Ausgleich sorgen? Sicher. So, bitte einmal Kopf hoch. Ich darf den Kopf hochziehen. W-Arm. 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 Ja, so ist es so, dass wir jetzt nicht gewinnen. W-Arm. Feuer! Na, da macht ich denn nur noch mehr Spaß.